So, ja, toll. Willkommen zu einem neuen Part, wollte ich sagen, und dann werde ich jetzt mal gebissen. Und nochmal gebissen. Ja. Ist gut, aber ist gut. Beiß mich. Beiß nochmal. Die trauen sich nicht, mich zu beißen. Oh, da. Bam. Er hat sich getraut. Ja, das fing ja schon gut an. Boah, Alter. Wieso macht man denn zwei? An zwei sind schon genug. Ne, anscheinend wohl nicht. Boah, Alter. Ich hasse Hyänen. Ich hasse sie einfach. Oh, das kann helfen. Darauf fallen sie rein, wenn sie doof sind. Wenn sie auch öfter reinfallen, ist das natürlich noch besser. Oh, ich springe so weiter. Jetzt bist du da. Das wusste ich nicht. Ja, Double Kill. So, jetzt kommt. Toll. In der Ecke bin ich ungeschützt. Aber. Yep. Super. So ein sieges Miaunzen. Miaunzen. Ich will hier lang. Ich will hier lang. Ja, okay. Ja, okay, bei ihm. Ja, nein, lecker, Kiefer. Lecker, lecker, Kiefer. Oh. Das war anscheinend wohl nicht so gut. Hopp. Will ich ein Viecher? Ich find das toll. Aua. Ne, ich kann's gegen dich gar nicht. Ich geb mich gar nicht mit dir ab. Unter meine Würde. Genau wie der Geier da unten. Der wird auch irgendwie hinkommen, wie auch immer er es schafft. Ja. Beinahe. Ach, auch schön. Ich muss immer wieder anfangs den Kampf durchmachen, oder wie? Oh. Toll, so. Das wär doch ein Spaß, ey. Das darf jeden Partner... Nein, jeden Partner nicht. Jeden Durchgang mit dem Bosskampf beginnen, oder wie? Das ist ja mega-assi. Noch gegen jeden. Super-Spiel-Ecke. Oh, Mann! Wieso sucht man sich in zwei raus? Sobster bescheuert. Einer war schon schwer genug im ersten Level. Aua. Ach, das ist heute okay. Hä? Wie... Oh. Das gibt's doch gar nicht! Mann! Ich reg mich wieder auf in dem Spiel. Warum spiele ich's überhaupt noch, wenn ich mich aufrege? Ich kann diese Saison-Spieler finden. Ich glaub, diese Saison hat's gar nicht erfunden. Die haben's vermarktet. Okay. Das ist aber der falsche. Gut. Ich will das Leben wieder haben. Cool. Ja, find ich auch cool. Ich hab mich immer noch verletzt. Die sind böse. Okay. Ja gut, sieh noch nicht grad lecker aus. Nee. Oh, Mann! Wer... 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 Denkt so ein Spiel denn aus? Wer kann aus... Wie kann man aus einem schönen Film... Wie kann ich die Löwen sowas machen? Ich mein jetzt nicht, wie im Sinne von... Wie macht man sowas... Im Sinne von Durchgang, wie es geht. So, ich frag mich, wie... Im Sinne von... Wie kann man das... ...vertreten, moralisch... Und, Mann, ich rieb mich auf. Scheißspiel, komm ich mal. Jetzt machen wir so aus dem Trotzbäuse. Schön. Jetzt hab ich noch falsch Knopf gedrückt. Der Part ist ja super... ...hier. Boah. Nee. Nee. Das... Das seh ich nicht ein. Sofort beim ersten Hit getroffen... Beim ersten Ding zu bekaufen zu werden. Das... Das... Das kann man sich nicht erlauben, hier. Ich würd's hier gerne einzelne... ...fängig machen, aber... ... ist so schwerer, als man denkt. Ach... Fang mal auf die, die eben nicht kaputt gelandet bei mir. Nee, ich will nur die... Ich will nur die eigentlich... ...wiss ich, was die eigentlich fängig machen. Oh, du bist... Mann! Der... ...m... ...mit dieses Mann! Ich sag nicht anders, sondern Mann! Mann! Das ist gut. Das ist schön. Boah. Okay, einer ist schon mal... ...okay. Einer tot. Zweiter tot. Miau! Kaputt gebrüllt. Ich brüll dich kaputt, du Sau! Cool! Cool! Nicht so cool! Oha! Ich mach's mal so, wie's wahrscheinlich gewollt ist. Ich bin mir immer egal, einfach... Oh. Das bleibt ja sehr gut. Wo muss ich denn hin? Warte... Warte... ...äh... Ich... Ich mag das Levent jetzt... Levent ist voll mit Gegnern! Andere hatte gar keine... ...und das hat jetzt wieder Tausende. Ist ja schlimmer, ist es eher... Sag mal! Ich... ...ich gib's auf. Ach, jetzt springen die gegen uns nicht bei der Wand. Aber sonst springen die mal gegen... ...hien, ey. Ach, ich... ...was denn schlimm. Von wieso bin ich getroffen? Der war um mich... Der war am hecheln. Ja, super. Witzig. Ihr wisst gleich, wie schwer die Spiel ist, oder? Ich glaub, wahrscheinlich denkt ihr so... Oh, der verlebt mal Küche der Löwe. Ja, das Spiel ist schwer. Ich hab's als Kind gehasst. Weil das Kind war ja aber ein ganz, ganz, ganz schwerer Verlierer. Ja, ganz, ganz schlecht. Und hier... ...wär ich ausgerastet einfach nur, weil... Ich hätte nur verloren! Ich beruhl' dich kaputt, du Sau! Ja, der wird sich doch auch alt. Bringt das Pullen bei mir eigentlich was? Ich kann's ja gleich mal austesten. Ich werd ja eh sterben. Nee. Also wär der ja bei dem grad nicht. So. Eine andere Frage. Kann man die ja auch... Kann man die ja auch killen? Und so will ich töten. Oh, komm man. Okay. Okay. Schiller rüber. Wenn nicht. Oh. Das war... ...ein Schock. Das ist mir noch nicht passiert, glaub ich. Aber gut. Merken, Rippen können auch zusammenbrechen. Nee. Das Brüllen bringt dir einfach nichts. Ist doch kein richtiges Brüllen. Ist eher ein Miauzen. Nee, das Miauzen bringt dir nichts. Au. Oh. Okay. Yes. Miau. Ich beruhl' dich tot, du Sau. Ich hab tot gesagt, nicht kaputt. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Okay. Warum wollte ich den grad mitnehmen? Ich merk schon, das ganze Wiederholen macht man hin schon. Simba, du musst auch nicht greifen. Du brauchst nicht greifen, okay? Also. Wenn du eine Runde mit den Hiänen spielen willst, mir macht das nichts aus. Können wir gerne machen. Das ist recht angenehm. Eine, das ist nur eine. Nee, nur eine. Oh, ist die gute. Die, was tot ist. Super. Komm. Bäm und. Miau. Miau. Simba! Simba! Du schaffst das! Aber wenn ich jetzt für jeden Level einen Part brauche, dann könnt ihr euch denken, dass Let's Play wahrscheinlich nicht so schnell vorbeigehen. Oh. Oh, ist so knapp. Das kann man natürlich gut und schlecht sehen. Wenn du ein Fan von dem Projekt seid, ist das natürlich super. Wenn du es hast, dann ist das natürlich nicht ganz toll. Ich springe jetzt um. Das ist sogar jetzt unsympathisch geworden. Tot. Stirb, du Hündchen. So, den bringe ich jetzt auch noch rum. Aber vielleicht, weil ich es jetzt kann. Oh. Mist. Bäm. So. Recht hoch. Ich kann hoch. Ich kann hoch. Hm. Vergess es. Ich kann da anscheinend auch nicht hoch. Hä? Ich kann da hoch. Ich will da hoch. Hallo? Ich will da hoch. Ich habe recht, da hoch zu gehen. Nee. Ich... 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 Ich bin stets darauf, da hoch zu dürfen. Ich musste da hoch können, oder nicht? Sag mal, wo muss ich hinspringen? So? So. Egal, dann kann ich halt nicht hoch. Oh. Oh. Aua. Das ist ein unfairer Geier. Wieso komme ich in allen Spielen, die ich spiele Geier eben vor. Okay. Cool. Ah, jetzt geht's... Das sieht komisch aus. Oh, witzig. Egal, von da kommt, kann ich wohl kaum... Töten. So. Echt, ich werde besser. Oh Gott. Ich würde sagen... Nein. Klettern. Springen. Ich muss Simba vertrauen. Das kann ich nicht. Da bin... Da drin muss ich ganz schlecht in Simba vertrauen. Da bin ich selbst schuld. Mit Gewaben. Ich frage gar nicht mehr nach. Ich akzeptiere es einfach. Natürlich springen wir in das einzige Loch, was überhaupt da ist. Das einzige Loch, was überhaupt da ist, dann springen wir natürlich rein. Just my luck. Das ist ziemlich praktisch jetzt gerade. Oh, es waren beide. Wow. Das war cool. Ich brauche gerade nicht. Ich kann einfach das Ding mitnehmen. Das Ende brauche ich gerade nicht mehr. Ja. Ich habe es gesagt. Ich hätte es auch nicht gedacht, aber ich habe es gesagt. Nein. Den bring ich nicht um. Ich sagte, ich bring ihn nicht um. Nicht, ich bring mich nicht um. Und dann hätte es auch nicht springen müssen. Boah, Simba. Boah. Dieses Spiel kostet mich nicht ab, ey. Das Spiel macht mich noch kirre. Ich lande noch wegen dem Spiel in der Anstalt. Oh, einer ist tot. Nicht tot. Aber wenn einer weg ist, ist der andere einfach. Also, ich muss nur einen loswerden, dann ist der andere... Echt, ich... Sie. Hä? Oh, Mann. Ich dachte, die hätten schon einmal besiegen. Hä? Miau. Schlauchme. Mann. Ich meine, das kann ich jetzt noch. Ich kann gar nichts mehr. Ich kann gar nichts. Egal, brauche ich auch gar nicht. Nee. Erst ganz oben abstrichen, dann auch darauf hoffen, dass Simba sich festhält, was er aber ziemlich häufig nicht. Denn er ist ja eine Katze. Er ist ja ein verwöhntes Balk. Boah, Simba. Durch dieses Spiel macht es nicht beliebt bei mir. Ey, ich weg bei zwei hier nicht durch. Könnte ich wirklich irgendwie verschieden aussehen? Der hat ja eigentlich rote Haare geben können oder sowas. Das wäre jetzt alles so länger einfacher gemacht. Sag mal. Ich sehe gar nichts mehr. Der hat doch ruhig... Meinetwegen einer von denen rote Haare geben können oder sowas. Eine rote Miene. Oder wäre es so schwer gewesen? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Wenn ich da anfange... So, ist das besser? Glaubst du hier irgendwie nicht? Oh. 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 Ist nicht besser. Ne, ist auf keinen Fall besser. Ach schön. Das war meine Sorge gerade. Hä? Wieso? Ich... Ne, ich lasse einfach. Ich lasse einfach stehen. Also. Ich akzeptiere es. Andere Chance habe ich gerade eh nicht. Das ist cool. Okay. Kommt. Komm. Nicht du. Bist der Falsche. Ich meinte einen coolen Freundenten. Mann. Äh. Frau. Sag mal. Jeden sind... Jeden als Bosse nehmen ist... Extrem assi. Dann wenigstens kickern sie nicht, wenn sie mich beißen. Das wäre... Noch schlimmer. Bis bin ich am Tor aus der Fahrt. Bis bin ich am Tor aus der Kontrolle bringen. Mann. Die springen auch so komisch. Die springen nicht, wenn sie sollen. Die springen, wenn sie wollen. Die wollen eigentlich nicht immer springen. Ich dachte, die springen auch immer, wenn sie, äh... Tsunami dran kommen. Tun sie anscheinend wohl nicht. Nö. Sie springen, wenn sie Bock haben. Wie können sie haben, mich eigentlich Lust zu haben? Stirb! Boah, stirb, ey. Jetzt brauche ich das Ding aber... ...und es ist ganz dringend. Cool. 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 Hier ist gar nichts cool. Cool wäre, wenn du dich jetzt festhalten würdest. Das wäre mal cool. Ah. Er hat sich festgehalten. Cool. Ich habe alles tun, diesen scheiß Gäher zu lüten. Ja, ich mag den Gäher nicht. Der ist mir unsympathisch. Ach, ich bin... Ich habe das Essen bekommen. Ich habe das Essen bekommen. Okay, der Gäher ist auch nicht so schwer, würde ich sagen. Der Gäher ist sogar echt cool. Der ist sogar echt... Ja, der Gäher ist sogar echt cool. Das neueste Wort. Hashtag cool. Ich weiß, man kann da hoch. Aber sind wir wieder nicht hoch. Alter. Hat der Gäher mich gerade echt gepikst. Hat dieser Geier da... Ich habe gepikst. Dieser Kackgeier da. Dieser Kackdreiste Geier. Pixiekönig. Äh, den Prinzen. Dieser... Dreiste Geier. Oh, guck mal hinten im Hintergrund. Skelette. Hm. So. Ich weiß gar nicht, ich weiß, ich kann hierauf landen. So. Ja. Das bringt mir aber gerade nichts. Was? Wie? Was? Hä? Ich meine... Ne, das ist nicht. Was ist denn jetzt passiert? Ach, das war dieses Gas da. Dieses... Dieser Dampfer, das... Der unter mir anscheinend war. Der anscheinend unter mir war. Wie anscheinend alles im Spiel was nicht umbringt, habe ich es nicht gesehen. Boah. Ich bin dazu geneigt, sogar diesen Kampf hier als Bosskampf zu sehen. Und dann einfach nach dem Bosskampf zu... Das war ja auch ein Bosskampf. Das war ja auch ein Bosskampf. Das war ja auch ein Bosskampf mit der einzelnen Helene. Mit der einzelnen Helene. Das war ja auch ein Bosskampf. Gut, danach war es selber auch vorbei. So. Einer ist tot. Der zweite ist auch tot. Yes. Ich werde diesen Part noch ohne. Safe State nach dem Hygienenkampf machen. Wenn ich es bis dahin nicht geschafft habe, werde ich nach dem Hygienenkampf ein Safe State machen, weil... Ich glaube, es stört euch auch zu sehen, wie ich immer wieder die Hygienen voll aufs Maul gebe. Oder... Ja. Ich lasse die Sachen auch unkommentiert. Männlich. Was war das denn... Männlichsten genervte... Stöhnen, würde ich gerade sagen. Ne, wenn ich genervt bin, stöhne ich nicht. Brummen war es. Das war ein Brum. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Miau. Ich weiß gar nicht, wie lange ein Part schon geht. Na. Egal. Die Zeiten bei mir variieren sowieso irgendwie mal. Ich sag zwar immer vom Part... Ich mach mal 15 Minuten und dann... Wow. Endlich den Part nach 17. Ja, und so Zeiten einhalten bin ich nicht gerade der Beste. Das war unfair, ich hab mich gekratzt. Boah, ist die Geier. Dreist. Das ist der dreiste Geier. Ne, ich geh da rüber. Ich will jetzt rüber. Und ich will auch wieder zurück. So. Alter, der Geier. Bäm. Die Geier krieg ich jetzt schnell tot. Ob das so gut wie lieber, weiß ich auch nicht. Oh, cool. Bäm. Oh. Okay. Achso, da war ein Käferschnitt, der. Der hab ich öfterscht eingesammelt. Ich vergesse ihn immer. Okay, jetzt muss ich... Äh-äh-äh-äh-äh-äh-äh-äh-äh... The King has returned. The King has returned. Leuter wisst ihr was? Ich hab jetzt sogar eine neue... neue Idee, was ich jetzt einfüge. In dem Spiel. was vielleicht die Welt erleichtern wird. Und zwar, ich werde jetzt einfügen, dass ich... Es gibt diese... Vorgefertigt-Stand-Checkpoints, diese Löwen-Malereien von Rafiki. Ich werde jetzt auch als meine Safestead-Points ansehen. Das heißt, wenn ich eine erreicht habe, darf ich einen Safestead setzen. Und wen es stört, der kann mich mal. Nein. Ich weiß, es ist ein bisschen doof von mir jetzt, weil ich habe eigentlich gesagt, ich wollte es eigentlich durchmachen, aber ich habe auch Grenzen und ich werde auch von keinem, der zum Beispiel, weiß ich nicht, Kaiser Mario spielt oder so, erwarten, dass er in einem Level, ich bin so doof, ein Level in einem Part schafft oder so. Also ein Level in einem Ort schafft, das würde ich auch von keinem erwarten. Und ich finde, das ist so, Kaiser König der Löwen. Für mich. Daher hoffe ich, dass euch die Entscheidung nicht jetzt nicht irgendwie teiltraurig macht und ihr sagt, es läuft jetzt total scheiße, weil es einfach zu einfach wird. Es wird nicht einfach. Glaubt mir. Es wird sicherlich nicht einfach. Es wird trotzdem schwer bleiben. Es wird für mich auch nur machbar sein. Weil ich glaube, so wie ich das jetzt mache, wie bei den Reden, die ich jetzt gerade habe, dann schaffe ich das nicht. Ich bin davon überzeugt, ich werde es dann nicht schaffen. Und das weiß ich auch, dass ich es nicht schaffen würde. Oh, toll. Das ist perfekt, in den Urlaub zu kämpfen. Nicht. Oh. Ja, und ihr seht schon, ich muss jetzt mal einen Ort wie diesen erreichen. Hey. Das schaffe ich, wie man sieht, sehr gut. Nicht. Mist, die Kamera ist auch ein bisschen zu klein. Das ist toll. Double kill. Double kill. Moa. So, weiter geht's. Und jetzt werde ich mal nicht den Kiefer einsammeln. So, sondern einfach vorbeilaufen. Wow. Und nicht ihn totspringen, sondern weiterleben. Und mich festhalten. Und mich nochmal festhalten. Und mich nochmal festhalten beim falschen Ding. Und jetzt den Goyer tut wohl zu fläuschen. Oder Erzfleisch, Milch. Kann auch gut so rein. Moins. Moin, Kiefer. Moin. Moin, Moin, Rückweg. Ja. Und die ist auch nur meine. Die ist auch nur mein, meine, meine kleine, meine, meine Bitte. Mein kleine exempel. Reicht. Wenigstens ist die Musik gut Ich glaube, wenn die Musik noch schlecht wäre Würde ich das Spiel auch nicht durchspielen Dann würde ich einfach sagen, ne Ah, ich bin gleich beim Savepoint Das ist geil Sag ja, wenn ich den erreicht habe, dann Wow Schrei ich einmal auf Und speichere dann da Weil ich will es einfach schaffen Und das kratzt an meinem Ego Oh Oh Och man Ich wollte springen, dann kann da Geier unter mir hoch Oh man Was für ein Assigeier Ich habe jetzt meinen Hassgeier Das ist der Er hat sich den Titel auch sehr gut verdient, ey Oh Halt auf mich zu zerfleischen Mufasa Wo ist Mufasa Wo ist mein Daddy Ich wollte jeden fressen, der steht da nur Und ich will es mir direkt so Mein König Mein Sohn Das ist das geweihte Land Ja, ich freue mich für dich Und du wirst es eben Ja, wenn ich bis dahin noch lebe, ja Aber es sieht bis dahin gerade eigentlich doch nicht so aus Wenn mir keiner zu Hilfe kommt Aber ich durche doch eigentlich gleich hingehen Das andere Das andere Oh, Stiff Ich bell dich kaputt, du Sau Ich bell' vorhin Ja, Löwen bellen Die brüll' nicht mehr die Bellen Oh, mein Adi juckt Ja, mein Adi juckt No Not the Knows, not the Knows Woah Die 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 Wohl ich hätte den Geier lieber als Ente, als Boska als Boska dieses Level gleich Finde einfacher Die zwei Geier. Ich glaube, ich wäre besser klar geworden als eine 2 jen Weil ich die jetzt langsam verstehe. Ich habe sogar die Einzige gewinnt, ohne Schaden zu erleiden. Das ist ein Wunder, ey. Boah. Und dann steppe ich gegen einen, der auf dem Boden herumläuft. Super. Und mir ins Gesicht hackt. Mit dem dicken, fitten Schnurbel. So, jetzt muss ich mal gucken. Ach nee, jetzt kommt das erst noch einmal. Simba, du kannst mich jetzt eigentlich mal... Ich glaube, ich werde erst mal den Part gleich beenden, wenn ich die besiegt habe. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wenn ich die besiegt habe oder wenn ich gestorben bin, was er zuerst eintritt. Wahrscheinlich das Sterben. Jawohl. Sie hat recht gut zu tun aus. Komm. Yes. Ja. Dann bin ich jeden Tag erst mal und mache am nächsten Part weiter. Und dann, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.